Musik Im Lukas Evangelium heißt es heute, er sagte zu dem Gastgeber, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppe, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Ich bin hier zu Gast im Kapuzinerkloster St. Anton in München. Da lebe ich jetzt seit vier Wochen. Wir sind hier in einem sogenannten Sprechzimmer und da sind wir sehr oft Gastgeber. Und in welcher Haltung begegne ich Menschen, die zu mir kommen, um mit mir zu sprechen? Will ich von denen was zurückhaben? Sollen sie mir etwas nachher geben an Anerkennung? Das haben sie aber toll gemacht, Bruder Paulus. Es gibt schon so eine ganz menschliche Regung in mir. Und doch sagt Jesus, das darf so nicht sein. Wenn ich jemanden zu Gast habe, dann soll ich wissen, dass er um seinen Willen von mir angesprochen wird. Ich will nichts zurückerwarten, sondern ich bin hier Gastgeber, weil Gott der Gastgeber des Lebens ist. In seiner Stellvertretung bin ich für die Menschen da. Und das entlastet mich und es gibt denen, die zu mir kommen, in der Seelsorge eine sehr große Sicherheit. Denn ich bin nicht für sie da, weil ich von ihnen etwas will, sondern weil ich ihnen die Erfahrung schenken will, dass Gott auch der Gastgeber ihres Lebens ist und dass Gott einen Blick für sie hat. Gott möge ihnen Segen schenken. Der große Gastgeber des Lebens möge ihnen heute Kraft geben, damit sie alleine auf ihn vertrauen. Vertrauen, es segne sie, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.